Glauben es nicht wissen das heißt du musst nachgucken b da habe ich mir mal doch ein Verlust tatsächlich Hr gut wie ich das ja kommt zur Kirche okay gleich unterwegs konservatoren und so und Kochstelle kommen was ist denn das bei der Kochstelle das Bramienfleisch kochen ich habe keins ja da gibt es ja tonnenweise hier nein eben nicht deswegen habe ich gerade eben gefragt ob er eins für mich hat hier ich schmeiße es ab ich stehe hier was ist so und jetzt muss ich das Stück Fleisch in die Leiche packen und dann wieder rausnehmen du wolltest nur herstellen du wolltest nur kochen es hat funktioniert er hat es gewertet als hätte ich es gefunden darum ging es ja er hat mich immer zu der Leiche darüber schicken wollen dass ich es da draus mache deswegen also Nahrungsmittel Ripei Steak ich danke dir oh abgekochtes Wasser so hä so jetzt habe ich ich soll mich beim Selbstbebindungskinos melden finde ich den nächsten Tag gut von Schottern und besuche die Riesenteekanne was habt ihr so ja also gut dann gebe ich mal kurz ja Riesenteekanne Nachschlag ich mache gerade Nachschlag also vom Terminal melden Training abschließen abgeschlossen Selbstbedingungen Kiosk sehr schön nehmen wir die Datenbank die Responserkontakt auf wo ist denn der ach so wieder in in der Kirche was prügelst du dich denn die ganze Zeit so Küche 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 Responserdatenbank Anmeldung Freiwilliger Notfall Responder Hauptquartier kontaktieren das sollte ich vielleicht auch mal machen eine große Meute von Bebrannten hat sich in die Bewegung gesetzt und könnte in Richtung unserer Hauptbasis am Flughafen Montan unterwegs sein alle Mitarbeiter müssen sich umgehend beim Hauptquartier einfinden bringen sie Waffen und medizinische Vorräte mit Martin Kavetz Verbindung abgebrochen so machen wir dann erstmal die Nebenquesten ich war dann mal hier bei der Kirche dann ich kann an dieser dämlichen Werkbank echt nichts herstellen welcher dämlichen Werkbank denn ja an dieser Waffen Werkbank was passiert denn da ja der schmeißt mich äh raus aus der ähm ich bin hier bei der Waffen Werkbank und ich sehe mich doch ich bin hinter dir ich sehe dich nicht da kommt Loki ok ich stehe direkt hinter dir nein ok das ist verwirrend ok siehst du ihn ich bin gerade im Menü im Tab ich habe dich angehandelt ja ja mag sein aber ich sehe dich nicht ok vielleicht sollte ich echt mal kurz nochmal raus und wieder ein ja dann wird ja die Gruppe aufgelöst ne ich weiß es nicht ja gut wir sind aber alle hier du wir müssen halt dann musst du die Gruppe dann wieder zusammenführen das geht ja du kannst ja ich hier jemanden anklicken und sagen in die Gruppe ja ich geh mal kurz raus ok ich sehe dich halt absolut nicht du bist ich stand jetzt direkt hinter dir ich bin jetzt Teamleiter stand jetzt gerade da ja ok einfach mich oder so wieder anklicken und sagen beitreten ja ich trete mal mit oder ja ich trete mal mit bei wenn ich das kann die Sponder danken Ihnen für Ihren Dienst so was habe ich denn was ich hier wecken kann die 10mm Pistole habe ich ja schon was Level 1? das stimmt doch nicht Stufe 5 ach du meinst das Vorschaubild ist das immer Level 1 na ok Basketball Kranien das wäre jetzt auch richtig eklig die Aufseherin hatte gesagt dass mehr Leute kommen würden schön sie kennen zu lernen mit mit etwas Glück und Verstand schaffen sie es es da draußen so aber jetzt in die Gruppe eintreten kann ich nicht ne wie muss ich das jetzt machen du gehst zum Mitch oder Mitch soll dich angucken und er kann nicht sagen zum zur Gruppe beitreten oder so das geht normal schon na jetzt kann ich diese dämliche schnappen sie sich bei der Gelegenheit doch ein paar Stimpaks Frucht bei Erde Quest hat begonnen und klappt das mit dem Ding? ja jetzt funktioniert es wieder ja ok dann das war einfach irgendwie ein Aussetzer oder sowas ja du bist grad fleißig dabei so jetzt würde ich mich aber gerne mal heilen kurz na super es sind die nächsten Batterien hier der ich halte im Kopf nicht aus so jetzt muss ich kurz zum Mitch was ist denn du? äh bei Tobis Lager ok dann komm ich da auch gleich hin sobald ich noch neue Akkus so na was ist denn den hier? was für Zeug legt ihr denn alles eigentlich in eure Kiste ab? Akkus die Geisel der Menschheit das ganze wiederverwehrt den ganzen Schrott also Schrott ok ja ich werde angegriffen böseratte ciao battalion na ja jetzt ab Level 5 da ist auch angezeigt dass es zwei verschiedene Teams sind auch nicht cool gar nicht cool das gibt's noch gleich die das meint nicht k auch die tun wirklich nur wie lang so Das rumgeballere höre ich zumindest Das ist ein Anfall Warum redet wieder keiner mit mir, nur weil ich kurz weg war Genau Diese Aufseher sind aber schwer zu töten, ha? Ja, am Anfang noch Mit den richtigen Waffen hinterher ist das kein Problem Löt mich doch Das geht nicht mal So Mögen die neuen Batterien schon mal aufladen, man weiß ja nicht Was wollte ich? Ich wollte mich heilen Ich wollte... Right away? 300 Yes, und jetzt könnte ich auch immer wieder irgendwas reinsetzen, was AP, TP, 40 Ja, da kann ich nur Cola trinken hier Ich bin eh kurz am verdursten So, dann einfach... Ja, füllt eure Wasser... Bestände noch auf, bevor wir weiter gehen Ich hab alles mögliche an... Was hab ich denn... Scheiße Ich hab verklickt gerade eben, hab irgendwas gefressen, was ich gar nicht wollte Hm Hundefutter aus der Dose Leuchtbildsuppe Strahle Was habt ihr jetzt noch für Quests? Tausende Also ich... Ich hab eine letzte Abreise Die untersuchen den Flughafen Morgentown Das muss ich noch machen Die hab ich noch, oder? Achso, ja, das ist die Hauptquest Ja Das ist ja die Hauptquest Und die Nebenquest hab ich persönliche Angelegenheiten Und was ist mit dem nächsten Tagebuch Eintrag? Hm Habe ich nicht Findet ihr die persönliche Angelegenheit an? Findet ihr die persönliche Angelegenheit an? Findet ihr den nächsten Tagebuch an? Findet ihr den nächsten Tagebuch an? Ja, wenn ihr auch ist Und besuche die Riesenteekanne Ja, dir auch noch? Und fordere einen staatlichen Airdrop an, habe ich Dann hab ich nicht Irgendwo hier vorne, habe ich das, glaube ich, aufgenommen eben das Ja, das Holoband zwar Aber ich weiß nicht wo, durch wann so Zufall, als wir hier alles durchgesucht haben Das ist nicht so gut Ein Fuchs So, die Werbung habe ich jetzt wieder Jetzt habe ich drei Quests persönlicher Angelegenheiten Findet ihr den nächsten Tagebuch Eintrag von Sutton Dann musste ich kurz noch in die Kirche Und besuche die Riesenteekanne So gibt's das Teekanne-Ding Hast du das vielleicht in deine Kiste gelegt? Wenn du die in deine Kiste gelegt hast Achso Dann hast du die nicht mehr Es ist mir nämlich gerade auch passiert Ich hab' nur Schrott reingelegt Nee, eigentlich nicht Ich hab' nur Schrott abgelegt Das war vorhin ein Eintrag Das ist so ein Werbeflyer Tech-Ding, ja Wir sind Tech-Labor, da musst du da nochmal rein Okay Nu, passt du alles? Aber die hat ja auch mitstreuen Ja, dann hat das ja vielleicht wirklich Ich weiß es nicht Wir können jetzt auch mal kurz die Aufseher töten, dann gibt's Geld Die sind aber sehr schwer zu töten Du brauchst 1.000 plus Okay, dann lassen wir das Also ich bin mit meiner Waffe zu Also dann gehen wir jetzt in die Kirche Weil dann Da muss der Doktor eh hin Da bin ich gerade schon Nach unserer Kirche Okay Ja, der Rest aber dann Dann können wir von da aus dann ja weiterziehen Dann lass mal Mitch dann noch kurz in das Labor Dann müssen wir vielleicht eh irgendwie in die Richtung Guten Tag Schön machen sie das Und jetzt habe ich eine letzte Abreise bekommen Jetzt habe ich eine letzte Abreise bekommen Ganz viele Farm-Bots, ganz viele Farm-Bots Oh ja Ja, komm doch mal runter Wo seid ihr? Richtung Tech-Labor Oh ja, ich sehe die Laser-Dinger hier Doktor, ist jetzt hier denn eine Gruppe von denen? Ja, ja Ja Gut Noob Hinter dir Gut So, holst du den kurz, Mitch? Ja, ich gehe rein Super Mutant Ja, aber nur Du hast ihn doch schon weg Ja Oh, hinter mir Ja, dreh dich um und schieß Du sagst mir, ich soll weglaufen Ich sag dir rückwärts laufen Rückwärts, nicht weglaufen Ja, erstmal muss ich weglaufen Man muss rückwärts laufen und einfach losballern Wie so ein verrückter Also ganz normal Überleben hier Genau Hier drin sind auch wieder alle Gegner gespawnt Na, schuh Sollen wir dir helfen? Wäre nicht schlecht Sag's doch einfach Hä, ist nicht Da ist er Muss man doch alles wissen Muss man doch alles wissen Ihre Kooperation ist davon Bitte stehen Sie stehen Oh, 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 oh Oh, Levelaufstieg Na, was macht der vor mir? sauber jungs so gab es jetzt diese mission oben in diesem großen und der großen großen raum glaube ich war es dahin so ein werbes prospektrum aufklag hier und dann ums eck ich kann es lesen ich kann es lesen ich kann es nehmen dann müsstest du eigentlich die quest angezeigt bekommen steht beim neben quest steht es nicht da das tauchte in einem bildschirm normal auf rechts oben ich habe eine wackelpuppe gefunden hinter dir nur was hier im kühlschrank ja stimmt unter sonstiges steht jetzt da besuche die riesen teekanne seit ihr drin nichts bei mir steht ja in einer reihe vor den türen ja es ist ja noch geht ja noch was es geht mal raus erschießen doch der wackelpuppe und red x wusste die wackelpuppe die sollte hier im kühlschrank sein aber da ist keine vielleicht hat hier hat er gesagt hier im kühlschrank aber ich sehe da nichts der drei im kühlschrank lag eine also was kann die plus 1 stärke cool also wollen wir zuerst die riesen kanne besuchen oder was ist denn hier gucken wir doch mal kurz auf der karte oder der aufseher der das wollen wir nicht mein camp findet ihr den tag im buch ist da hinten das ist der flughafen wo sind die wackelpuppe pierten markiert da unten besucht die riesen teekanne ja wo wo ist denn da unten wenn du jetzt auf der karte siehst du ja unsere position oder so dass riesen teekanne bist du geh auf die karte das ist unsere position ja und dann einfach nach süden bei der 59 nach unten nach unten da ist die 59 62 62 wo bist du das bieten ist unten gesucht ja ja und jetzt gehst du bei gesucht nach links über dieser fabrik genau ach oh gott ist die klein ich habe auch irgendwas großem gesucht hätte aber gesagt hey 59 habe ich gesagt und dann habe ich dort bin guckt das sind 62 wo muss es doch jetzt sein alles kann dann gehen wir doch da als erstes hin oder alle dafür also raus hier 6 ich kenne mich auch herr ich habe vergessen mich zu da kommt das ist noch ein mutant die können doch bis jetzt noch nichts bis jetzt da ich einen anderen aufgänger bis habe ich eben keine so stufenaufstieg ich glaube ich nehme mal wieder stärke du hast du ungewöhnliches ich möchte es jetzt auch in japan ja ich werde irgendjemand reden hören und hier ist das aus der stadt raus da ist ziemlich viel geballert ja ja die machen da gerade die aufseher glaube ich warum war Cinderella so schlecht im fußball sie ist vom Ball weggerannt oh gott ich fand es lustig so ich gehe mal wieder auf Stärke ich muss deine zweihandnachkampfwaffen für uns haben wir Schaden nö deine einhandnachkampfwaffen für uns nehmen wir schon nö deine waffenlosen Angriffe und nein Kim so der Hände mal gestern also ein Aufseher fehlt mir noch ja wo er sich um mit dem Köln der ich vor allem sah aus hier raus hier jetzt mal ganz kurz okay der supportant ist üblich war ein super mutternd ich gibt es auf sproppes lächeln so man kann die sachen also 30 prozent weniger ja das gefällt mir sehr gut ich habe rahmenfleisch gut ich könnte gegen den super momentanten muss ich doch ich bin drinnen ich bin doch draußen ich bin ich bin tot kann man nicht doch bestimmt irgendwie aufheben ja wenn mich mal jemand ja da sieht man so ein lustiges wer hat denn da auf mich geschossen noch kann sein dass auf dem dach noch so aufseher ist ich gehe mal aufs sachen wir mal gucken da waren vorhin auch welche ja die spawnen ja immer wieder alter der super momentan und plötzlich haben noch mal irgendwelche kugel abbekommen und dann war ich weg hier alter ruhig ist ein safe habe ich ja gesagt und dass dann safe ist so am dach ist so jetzt mal weil ich halte mich mal kurz und dann kann man ja gibt es hier nicht so ein schnell halte irgendwie nicht wo ist denn hier mein ach ich bin doch doof ich hab's doch im waffenrat ja hab noch nie eins absichtlich benutzt deswegen sowohl seid ihr hin und vor dem tech labor noch okay dann bin ich jetzt auch dann können wir weiter ziehen kommen ein ein aufseher noch ja ich gucke schon mal ich dachte wir wollen die nicht umbringen ich habe schon noch einen wir brauchen nur noch einen wir müssen die richtung auf der karte werden sie angezeigt wo sie sind äh nö tötete fahrer aufseher der ist bei noob das ist nur die gegend so wie das ist nur die ja weil das die letzte gegend wo einer ist wir haben ja wir müssen wahrscheinlich warten bis hier wieder welches spawnen jetzt gerade alle gekillt aber das sind keine aufseher bei mir ich habe doch gesagt bei noob so wie wird es was würdest du bitte beim auto stehen bleiben wenn die sind die luftjagd nein da waren von diesen mr handys ja und der luke hat den aufseher verdammte scheiße ja und jetzt ist er weg den wolltet ihr doch der hat aber nicht gezählt doch nein ich habe keine munition mehr irgendwo da hinten ist ein verbrannter wir laufen sowieso die falsche richten ich weiß alter rennt doch nicht immer nach rade an so ich habe es furchtbare erde abgeschlossen ja ändere die zielparameter der mr farmhands ja aber wir haben jetzt alle drei zerstört ja ja so und wo geht das jetzt ich habe zu viele questen offen das müsste auch irgendwo hier beim labor sein irgendwo ja direkt hier beim labor muss es beim loop irgendwo in der nähe ja hier muss irgendwo ein pc oder sowas rumstehen ich denke mal innen drin hier im labor ne ja müsste rein ach die öffnen was haben wir hier nichts meine tür für super erst irgendwo im keller da gab es den keller zumindest zeigt er das zeigt er unten an ja hier unten ist es hier ist der computer wie kamst du denn da runter durchs treppenhaus hier gibt es ein treppenhaus wo ich weiße oh dann also unten noch viel ah das gab 10 irgendwas das sind die treppen raus 20 münzen gab es auch hoch hier war ich vorhin gar nicht ja nicht das war dazu nein das treppenhaus ist ja offen da ist ja gar nicht irgendwo eine tür da ist nicht meine tür ja vielleicht war ein feuer einig da entschuldige wartet muss kurz levelaufstieg so viel loot scheiße warum ja gut sie hatten wir schon hier ist eine nachricht meck wir brauchen dich wir verbrannten wurden in kills farm gesichtet sie bleiben erstmal bei uns aber sie sind hier mit den kindern allein alle männer sind in morgen morgentown wir haben wochentlich nichts mehr von ihnen gehört du bist schon so lange fort und arbeiten an diesen verbrannt verdammten bots bitte kommen wieder nach hause in liebe deine margarine und dann stifte mich auf weg falls wir zurückscheiden werden wo gut backsteine kann man hier nicht mehr mitnehmen diese riesen alter wie groß ist denn das hier unten hier gibt es säure hier gibt es säure kann man sicher als waffe benutzen weit 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 mein blumentopf das macht so viel spaß ich bin gleich wieder überladen wenn es hier so weiter geht überschüssige säure und dann wenn sie überschüssig ist verliert sie schon ich bin überladen hier brauchen wir ein terminal dafür hier bierflasche hier sind laut davon diesen komischen feuerhut und wasser wo ich nicht rein will waaah wup 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 alter ich bin meistern hinja scheiße ich häng was war das ich muss ins wasser seid ihr schon wieder draußen nein ich lute immer noch den keller ist eine laborstation überschüssige säure überschüssig an das bete grum war das laborstation euer hut hier gibt so viel sachen oh nicht da rein oh irgendwie hier super wär giftiges wasser oh gut kann man sicher was tolles draus machen das wasser ist gar nicht radioaktiv verseucht ne nö scheiße nicht hüpft ihr jetzt mit über den Tisch hin rüber hehehehe um nicht rein zu kommen na dann hm erst mal einen schluck neben ne vielleicht ist hier noch ein bisschen giftig ah ok ich bin hier unten durch das geht noch auf mit dem terminal das ich nicht gefunden hab ja ich suchs gerade cool cool das da ist kaputt das kann es also nicht sein da geht es nicht mehr durch das ist eine klassische vorlaute Tür verschwenden äh Tür ist zu ein Ding hm wie läuft denn hier durchs wasser das bin ruhig unten unten ja ah ok ja das terminal bleibt verschwunden ne tja was für ein terminal hier ist es ja da standst du doch vorher ja was denn zeichnet doch mein ja aber damit kann ich ja nicht das Ding auch damit kannst nichts machen genau das ist falsch ja ich find den weg nicht was wohin ja ok nach unten jetzt hab ich ihn ja dann haben wir vorhin alle nicht gefunden also dann ist die Quest weg ja die Quest ist auch weg genau so da war bloß ein Ding was sich nur öffnen lässt mit dem Terminal deswegen wollten wir gucken ob wir nicht auf das Terminal finden oh ein Gattenzwerg ich hab den Gattenzwerg blau gefunden mein Tür zu ist mein Haus wie cool ja die Schüssel so ich warte mal oben da liegt ne Tüte verdorbenes Fleisch das ist ne gute Idee das Zeug mal wegzuwerfen wer hatte diese gute Idee ich du musst solche guten Ideen mit mir teilen weil ich hab 24 verdorbenes Gemüse ok sorry ja ich bin so doof ich hab die falsche Taste gedreste und hab erst erstmal gefressen ah dieses Spiel dieses Spiel hast du nur gemacht um uns in Freude zu machen oh schön gab aber ein Achievement dafür und ich bin krank ja oh oh nein ich wollte jetzt hab ich Kaugummi gefressen ich wollte... du brauchst noch jemand Rüstung ich hab noch ein bisschen Rüstung übrig ja danke ich hab noch nicht fertig gemacht bei Ark hat ein Kumpel ständig Kacke gefressen kann man mal machen ist aber dann kacke so einmal Heilsäube noch benutzen du bist vor der Gesundheit ok 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 hab ich jetzt jetzt... warum ne... hab ich jetzt echt 15 mal verdorbenes... hab ich jetzt echt 15 mal verdorbenes... wollte mich verarschen ne ne ich hab noch ein bisschen verdorbenes gefressen nicht alles gut äh ablegen alle 24 ich hab Obst gefressen und höchstwahrscheinlich auch etwas verdammten gammliches Fleisch so... das ist mir die Militoren der Erflichkeit ich glaub ich muss weil ich nur Munition kaufen und ich hab nur mit hinten irgendwo welches so... ich find noch bestimmt genug wie sieht's aus? also... da wird's auch ganz am eng ach komm... was denn? der Doktor wollte was abgeben ich hab wohl nie zu... ich bin neben geskilled äh... babababum einmal Zwetschke zweimal Zwetschke was gibt denn ein schönes ab? vielleicht willst du die... äh... können wir mal gucken oh... Mitch ist hier nackig hallo Mitch uh... Mitch steht nackig vor der Tür also glaube ich dass er rausgelaufen ist dann komm ja ich hab leider noch keinen Bauplan um Munition irgendwie in meinem Camp aufzubauen ja vielleicht unterwegs vielleicht finden wir weil ich hab auf jeden Fall die 10mm Ding hab ich noch jede Menge Schuss hab ich 130 oder so ui das muss die meine 45er meine... Magnum da war es relativ wenig die Akku nicht überladen geht 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 ich kann noch 30... ungefähr 30 Kilo mit mir rumschleppen jetzt hätte ich fast verdorben eine Falsche aufgenommen hört auf wenn du in den Papiertüten der Loser muss doch überall reingucken so... wo müssen wir denn jetzt hin? kann ich alle Questen ausmachen bis auf die eine erstmal? ja echt? cool ich denke schon nein ich will... aber sonstiges habe ich sonstiges ist was tägliches ok oder suche den Zughafen Verfolgung beenden ah dann sind sie aus finde den Tagung in der Verstattung das wäre eigentlich direkt nebenan aber das können wir ja später machen so dann habe ich jetzt bloß noch die T-Tasse an ja und die sagt wir müssen hier hin da in die Richtung wo seid ihr? hier bei den Zellen hier das ist ein Chaos hier so nervig dass man seine Freude nicht sehen kann das heißt wenn wir nicht im Team mitspielen und mitspielen bist du ein bisschen angeschlagen wodka kochstation herstellen was? ok cool leu-cool zu bellen feuerhut zu bellen wir laufen richtig oder? jaja ok erst mal zurück zur Hauptstraße und dann runter goldene Taschenohr sehr schön cool verbrannt sie meine ich oh jene menge sorry Doktor naja ich habe es gemerkt zum Glück bin ich hier 10 mm Pistole drin ne? sauber hat sie aber ich habe einen Erfolg dafür bekommen quest begun repariere repariere das Sendertunnel Terminal wo war es denn dir? ich war jetzt hier gerade im Gestand und plötzlich habe ich sie bekommen oh guck mal hier ist eine Kiste also ohja das ist meine ne meine meine Rezept der beste Berg Haxen gibt es hier Rezept hier bei der Leiche hat sie in der Hand musst du erst dann aktivieren in deinem Menü das du es gelernt hast sollte man nicht vergessen findet man dann unter Notizen oh Bauplan, Bastelbank Jagdgewehr Laborbank Metallbett die sind alle nicht aufgenommen oder wie? alle nicht gelernt noch nicht aktiviert ich war bis jetzt noch nicht mal in meinem Lager ich habe den letzten Willen das Testament von Germany irgendwas Bericht zum Wasser Befehle Metallbett habe ich noch einmal übrig wenn es noch jemand braucht weil ich kann es nicht mehr lesen hat jemand schon das Metallbett? ja hat jeder ja ich habe es ja ich habe es halt doppelt Metallbett? keine Ahnung hier wo ist es? hier neben das findest du noch als Bauplan ich habe es noch übrig weil ich es zweimal hatte wo sind die hinterlegt jetzt? bei Notizen Gegenstand Notizen ach da Notizen hier kannst du mal nehmen und dann kannst du es lesen wenn du es noch nicht hast ich brauche es nicht danke bitte weil es verschwindet wenn du es hast ach schon du kannst es auch nicht zweimal lesen verbranntes Wirtschaftsmagazin oh die gab es früher immer die guten davon die Comics und so ein Zeug wo du was landen konntest was? oh ich bin weiß ich mit einem verdusten meine Fresse schon wieder das geht ziemlich schnell hier so so was habe ich denn operatet das Wasser aber ich habe noch Sachen gemacht Feuerhut Essen ah Wasser und Zuppe dann nehme ich das dann irgendwie müssen wir ja abbiegen warte 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 ja so ihr seid schon wieder draußen ne? vor der Tür stehen wir hier weil die grad abbiegen ne du stehst hier wir sind noch da die anderen sind schon wieder weg wir sind hier oben guck da aber Loki sieht sie da der kann uns führen da gut der sieht es auch von weiter weg wo seine Mitspieler sind das ist ganz praktisch hm ja relativ ja du gelb und auch durch Sachen durch aber wenn ich halt aus der Sicht verliere dann sehe ich auch die Namen nicht mehr du siehst ja dann so ein Teil ja aber nicht bei meinen Mitspielern nein ich meine Loki das Schiff da untersuchen das ist ja geil oh da schießt einer da schießt einer Link vom Schiff der schießt nicht mehr da hinten ist ja dann so ein ausgedörter oh oh da kommen viele da kommen ich glaube ich hab den Hund auch erwischt oh das Laservisier von meiner von meiner 10mm gefällt mir aber gut oh wer hat die Leiche kaputt gemacht nein nein ne das wars nichts ah ein Fursteriskid hier drin Erste-Hilfe-Kasten der leer ist scheiße naja man erwartet halt immer irgendwas ne hm ich versuche die ganze Zeit hier ein Bonbon aufzumachen mit einer Hand ist das ein bisschen kontraproduktiv kontraproduktiv ja das geht hier oh je oh je oh je oh je oh je Folgen.